Moin moin Leute und was geht euer Kreisliga-Keeper hier? Zwar noch ein bisschen angeschlagen, aber egal, wir schaffen das heute. Und zwar machen wir wieder Torwarttraining für euch. Und zwar mit Tobi, er ist da hinten, glaube ich, in der Ecke irgendwo. Und ja, seid mal gespannt, was dabei rauskommt. Wir machen auch noch so ein paar kleine Challenger. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.